Musik Ein wunderschöner Überraschungseffekt ist es, wenn du dir aus deinem BH eine Glitzerkette ziehst. Nimm dazu eine Pose ein und zieh die Kette Stück für Stück aus deinem BH. Hilfreich ist es, wenn du dir in deinem BH eine kleine Tasche nähst, in die du die Kette verstaust. Musik 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 Musik